Hallo und recht herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist mir eine Freude, dich wieder begrüßen zu dürfen und worum wird es heute gehen? Heute werden wir uns innerhalb der Secure Code Actresses um das Thema Access Control kümmern und wenn du wissen willst, was damit auf sich hat, dann bist du hier genau richtig. Das Thema Access Control. Im Allgemeinen oder Access Control hat ein sehr breites Feld, also eigentlich geht es ja um die Zugriffsberechtigung oder den Zutrittsschutz, wie auch immer man das sehen möchte. Und hier kann man natürlich sicherlich das ganze Feld sehen, wie Zutrittsschutz zum Gebäude, zum System, aber auch die elektronischen Wege, Zugriffsschutz auf das Netzwerk, auf die Entität, also den Service an sich, als auch innerhalb einer Anwendung eben dann auf bestimmte Funktionalitäten, Daten und so weiter. Das heißt also, Access Control an sich ist ein sehr breites Feld und ist auch sehr eng verzahnt mit all diesen Bereichen, weil sie irgendwo alle miteinander zusammenhängen. Als kleines Beispiel vorweg, man muss also autorisierte Person sein, um in das Gebäude zu kommen und dann eben Zugriff über seine Person, über seine Rolle oder was auch immer da ist, dann eben auf diesen Dienst zu haben. Innerhalb dieses Dienstes gibt es sicherlich Daten, auf die du Zugriff haben kannst und wenn ja, dann zum Beispiel nur lesend, lesend und schreibend, löschen und so weiter und so weiter. Also man sieht, dieser ganze Bereich Zugriff, Kontrolle oder Access Control ist ein sehr breites Feld und kommt sicherlich daher auch mit Begrifflichkeiten oder Ähnlichem aus der Historie heraus. Also vor der Zeit der Computer, dann der Computer, die stationär waren, dann mit den EDV-Systemen, die vernetzt waren und natürlich jetzt im globalen Kontext Internet, also globaler Vernetzung. Kommen wir nun zu den grundlegenden Bausteinen, die innerhalb des Access Controls, sagen wir mal das Fundament für all die Theorien, Best Practices, Implementierung und Ähnliches, da dienen. Und da wäre der allererste Punkt die Identifikation. Das heißt, wenn ein Mensch, eine Maschine, ein Dienst, was auch immer, also ich spreche meistens nur von Menschen, meine damit aber auch zum Beispiel die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, Maschine-zu-Mensch, Mensch-Maschine und so weiter. Also der Mensch oder die Entität, die dort an diesem System ankommt, muss sich erstmal identifizieren, sagen wir mal, wer bist du eigentlich? Und diese Identifikation ist einer der grundlegenden Bausteine. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, wie findet eine Identifikation statt? Meistens ist es eben in der realen Welt mit einem Ausweis, mit einem Benutzernamen. Das sind all die Identifikationsmerkmale, damit man sagt, also der bin ich oder der möchte ich sein oder in diesem, sagen wir mal, Entitätskontext möchte ich interagieren. Und dementsprechend ist die Identifikation sozusagen der Benutzername zum Beispiel in einem System. Und nach der Identifikation kommt die Authentifikation. Und die Authentifikation ist der Punkt, den man entweder mit einem Passwort dann sagt, also ich möchte nicht nur der sein, sondern ich habe eben auch die Authentifikationsmerkmale, zum Beispiel das Passwort. Oder aber biometrische Kennzahlen der realen Welt, wie jetzt der Ausweis, also all die Dinge, die sozusagen jetzt individualisiert sagen, diese Kombination zwischen Identifikation und Authentifikation, die passen zusammen. So, diese beiden sind meistens zusammen verwendet und bilden sozusagen den ersten Schritt, um überhaupt erstmal zu sehen, sagen wir mal, wer ist denn das? Und wenn man diese beiden Dinge zusammen hat, also man weiß, wer es ist und er authentifiziert sich, dann kommt eigentlich die Genehmigung. So, über diese Genehmigung, das ist schon das erste Mal, dass man mit dem System interagiert. Also man bietet beide Dinge an dem System, über welchen Weg auch immer. Wie gesagt, das kann softwaregestützt sein, das kann personengestützt sein, das kann natürlich auch hardwaregestützt sein mit Biometrie oder so. Dann kommt die Genehmigung. Und in dieser Genehmigung, da ist enthalten die Zugriffsrechte, basierend eben auf dem, was hinterlegt ist, was diese Identität mit dieser Autorisation denn jetzt auch machen darf. Ja, also die Genehmigung ist das Ergebnis von Identifikation und Autorisation. Wenn ich jetzt diese beiden Dinge, also die Identifikation und die Authentifikation oder Authentifizierung hinterlegt habe oder dem System übergeben habe, das kann eben sein, zum Beispiel durch User Passwort, das kann sein durch Papier und Biometrie, das kann was auch immer sein, dann kommt die Genehmigung zurück und die Genehmigung ist das Ergebnis dieser beiden Eingaben oder dieses Paares von Informationen und gibt mir dann eben einen Bundle an Zugriffsrechten. Das ist also irgendwo hinterlegt, ich komme später zu, aber letztendlich ist die Genehmigung das Ergebnis dieser beiden Eingaben, in dem dann festgelegt wird, okay, du hast in diesem Kontext mit dieser Identität eben diese Zugriffsrechte. Ja, und wenn ich jetzt also weiß, wer es ist, wie er sich da dem System kundgetan hat, welche Zugriffsrechte er erhalten hat, dann ist es natürlich wichtig, dass das auch durchgesetzt wird. Also die Durchsetzung dieser Zugriffsrechte, beziehungsweise die Beschränkungen, die ein Ausbrechen aus diesem Zugriffsrechte-Kontext bieten, das ist die Durchsetzung und das muss jetzt vom System sichergestellt sein. Und das ist zum Beispiel einer der Hauptmechanismen, in denen dann wir als Softwareentwickler tätig sind, sicherzustellen, dass man eben nicht aus diesem Kontext, also aus diesem vorgegebenen Rahmen an Zugriffsrechten ausbrechen kann. Also die Durchsetzung ist dann sozusagen die Synthese von dem Vorhergehenden. Das Durchsetzen kann jetzt auf zwei unterschiedlichen Arten und Weisen passieren, ganz grob gesprochen. Das eine ist eben die physikalische Durchsetzung oder das in der Welt vorhandene Anfassbare zum Durchsetzen. Das heißt, diese Kontrolle ist es zum Beispiel in einem abgeschlossenen Raum, ist es in einem dedizierten Environment, ist es in einem völlig abgeschotteten Netzwerksegment und, und, und. Das sind also die physikalischen Beschränkungen, die da sind. Und der andere Punkt ist natürlich, dass es dann die logische Beschränkung gibt. Also alles das, was jetzt innerhalb des Computers, also mit Software umgesetzt ist, das bezeichnen wir dann eher als die logische, sagen wir mal, Abgrenzung. Und da muss ich auch nochmal ganz klar unterscheiden. Für uns als Softwareentwickler ist es natürlich immer so, ja, ich denke über die Softwareumsetzung nach, aber es ist oftmals im Hochsicherheitssystem eine Mischung aus beiden. Es kann sein, dass ich eben softwaretechnisch innerhalb des Dienstes etwas mache, aber dieser Dienst ist zum Beispiel in einem Netzwerk, was überhaupt gar keine Verbindung nach draußen hat, oder, 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 oder. Ich komme eben nur über Terminus rein, diese muss ich physikalisch eben erreichen, ansonsten kann ich mit dem System nicht interagieren, das ist hinter einer Zutrittskontrolle. Also man sieht, Access Control ist, sagen wir mal, ein sehr breites Feld. Es umfasst eben sehr viele Aspekte, historisch gesehen natürlich eher so aus dem sicherheitsmilitärischen Bereich kommend, aber auch natürlich gibt es sehr viele zivile Institutionen, Anwendungen und Ähnliches, die ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis haben. Und hier muss ich eben als Softwareentwickler den gesamten Kontext erfassen, um mich dann entsprechend auch darauf vorbereiten oder darin wiederfinden zu können, um meine Aufgabe dann auch adäquat umsetzen zu können. Im nächsten, oder als nächstes, werde ich mich jetzt um die Dinge kümmern, wie man das in Software zum Beispiel definieren kann. Da gibt es verschiedene grundlegende Muster und eins davon ist das diskretionäre, und das wäre das DAG, ich kann das Englische nicht wirklich unfallfrei aussprechen, Access Control auf jeden Fall, die diskretionäre Zugangskontrolle, DAG. Und da bewegen wir uns in Bereichen, die wir so im Allgemeinen von Betriebssystemen kennen, zum Beispiel diese Access Control List, also ACLs. Das heißt, da geht es darum, was weiß ich, welche Rechte hat denn zum Beispiel eine Ressource. Also der Benutzer darf lesen, schreiben, mischen oder ausführen, und alle in seiner Gruppe dürfen hier zum Beispiel nur noch lesen und alle anderen dürfen nichts davon. Oder wie auch immer diese ACLs sind zum Beispiel ein ganz klassischer Fall von der Umsetzung von diesem Diskretionären. Und da gehen wir eben über die Steuerung an der Ressource an sich. Zum Beispiel die Ressource wäre in dem Fall eine Datei. Eine weitere Möglichkeit, das umzusetzen, ist eben über die obligatorischen Richtlinien oder dieses obligatorischen Access Control Zugriffsschutz. Das heißt, hier ist der ganz große Unterschied, dass zum Beispiel ein Benutzer einer Ressource, wie zum Beispiel der Benutzer oder der Erzeuger oder derjenige, dem die Datei gehört, gar nicht selber entscheiden kann, wer denn jetzt wie darauf zugreifen darf, sondern es geht eher über Sicherheitsrichtlinien. Und diese Sicherheitsrichtlinien, die sind von den Administratoren des Systems festgelegt. Das ist zum Beispiel SE Linux oder TrustBSD, die arbeiten mit solchen Sachen zum Beispiel. Das heißt, da gibt es eben diese Sicherheitsrichtlinien. Es werden Dateien erzeugt und ich selber kann jetzt nicht frei entscheiden, was ist, sondern je nachdem, wie sensitiv oder sensibel diese Ressource ist, über die wir da sprechen, ob das jetzt ein Pfeilhändel ist oder ob das was auch immer das ist, wird eben über diese Sicherheitsrichtlinien in einen Sicherheitskontext verpackt. Und so kann ich sozusagen selber gar nicht mehr sagen, wie weit oder wie offen diese Ressource verfügbar ist, sondern es wird mir eben von den Administratoren über das gesamte System, über diese Sicherheitsrichtlinien eben dann festgelegt. Ein weiterer Punkt ist das, was wahrscheinlich sehr viele von euch kennen, der rollenbasierte Zugriff, Role-Based Access oder Access Control. Es geht hierbei darum, dass ich eben verschiedene Rollen im System definiere und die sind fachlich gebunden, also aus der Domäne dessen Kontext, in dem sich diese Software bewegt. Haben wir zum Beispiel eine Software, die sich mit Einkäufer, Verkäufer, Mechanikern, Lagerhaltung und so weiter beschäftigt, wird es sicherlich auch genau so widergespiegelt sein in den Rollen. Es gibt also nicht nur den Administrator, den Benutzer und den anonymen User, sondern es gibt dann eben den Einkäufer und der hat dann eben Zugriff auf bestimmte Funktionalitäten des Lagers, der Preise und so weiter. Und dann gibt es den Lagerverwalter zum Beispiel, der aus der Disposition, der damit beschäftigt ist, zum Beispiel wie viel ist noch im Lager und wie werde ich das verteilen auf bestimmte Warensendungen. Der wird dann auch Zugriff auf dieses Warenlager haben, aber der wird natürlich keine Preise sehen, sondern der wird Stückzahlen sehen und Ähnliches. Das heißt, hier habe ich entsprechend meiner Domäne, in der ich mich bewege, ein Rollenbild. Das kann flach sein, das kann hierarchisch sein, aber eben über diese definierten Rollen und dann der Zuweisung einer Person, also einer Identität zu einer Rolle oder einem Konglomerat von Rollen kann ich mich dann in diesem System bewegen. Ein weiterer Punkt ist das attributbasierte Zugriffskontrollsystem oder auf Attributen basierendes Kontrollsystem. Also Attribute-Based-Access-Control und hier geht es darum, dass ich eben eine Ressource-Attribute habe. Allerdings auch solche Sachen ausgenutzt werden können, an welchem Ort findet es statt oder zum Beispiel zu welchem Datum und Zeit findet etwas statt. Und basierend auf diesen Attributen werden dann Zugriffsrechte eben umgesetzt oder gewährt oder eben nicht gewährt. Und praktisches Beispiel, ich habe Zugriff zu den, sagen wir mal, Kontrollen oder zu den Lagerbeständen in einem Lager, also in der Software, aber das bitte nur während der normalen Geschäftszeiten. Also wenn ich nachts um 12 mich in dieses System einlogge, dann darf ich eben dort keine Manipulation vornehmen, weil das System gerade, weiß ich, einen Badge-Job hat, um Lagerbestände zu kontrollieren, zu verifizieren, Auswertungen zu machen und und und. Also hier spielen die verschiedensten Attribute, die an den Ressourcenbenutzern, Ort, Zeit und so weiter vorhanden sind, eine Rolle, um dann daraus eben etwas zu gestalten, also den Kontext, in dem ich mich bewege. Und das ist natürlich relativ flexibel, weil ich da auch sehe, viele Feinheiten innerhalb eines zeitlichen Kontexts oder eines örtlichen Kontexts dann eben auch, ja, letztendlich, das kann ich berücksichtigen. Ja, und dann kommen wir noch zum letzten Vertreter, den ich erwähnen möchte und das ist das regelbasierte Zugriffskontrollmechanismus oder Kontrollwerk. Hier geht es darum, dass man über diese Rule-Base, oder Rule-Base, nicht Rule-Base, Rule-Base-Axis-Control, dass man eben da drüber geht und sagt, also wenn verschiedene Attribute vorhanden sind und Ort und Zeit und dies und das, aber nicht jenes und so weiter. Hier werden also Regeln definiert und die können eben auch Wulsche Ausdrücke enthalten, über die Kombination eben dann zu Zugriffsmustern führen. Ja, also hier geht es um das regelbasierte Zugriffskontrollmechanismen und da gehört natürlich nicht nur die Definition von Attributen oder Rollen oder Ähnliches dazu, sondern hier geht es dann wirklich um ein Regelwerk und dieses Regelwerk wird verifiziert anhand aller zur Verfügung stehenden Attribute, Zeiten, Werte, was auch immer und werden so über diese Regel-Engine dann eben zu einem Ja oder Nein umdefiniert. Und jetzt wollen wir uns darum kümmern, wie kann man das eigentlich in Java umsetzen. Dazu möchte ich allerdings vorher noch so ein bisschen über diese Grundprinzipien sprechen, also was sollte man beachten, das ist jetzt wieder pro und wir sprachen unabhängig im Großen und Ganzen, aber zum Beispiel, also man sollte immer bei der Umsetzung darauf achten, dass man eben die geringsten Privilegien verwendet, die möglich sind, um eben eine Aktion durchzuführen. Also das Prinzip der geringsten Privilegien ist zum Beispiel eins der ganz wichtigen Sachen, das heißt, es bringt nichts, wenn man erstmal alles Atmen macht und dann dampft man ein, sondern man muss sich überlegen, also was ist der Zugriff, der absolut gerade eben noch die Aufgabe erfüllen lässt und das lasse ich zu und alles andere wird eben unterbunden. Also Prinzip der geringsten Privilegien ist zum Beispiel etwas, was man immer im Kopf haben sollte, wenn man sich um die Umsetzung von solcher Sachen. Ja, dann muss ich mich als Entwickler natürlich um die Authentifikation und Autorisation kümmern, das heißt, also ich muss wissen, wo bekomme ich eben die Daten her, was ist eine valide Entität, die sich hier meldet und wie sind die Informationen eben zur Autorisation und dann kann ich, sagen wir mal, ja, die Implementierung dessen vornehmen. Das heißt, ich muss entweder bestehende Bibliotheken nehmen, die das für mich machen, ich habe bestimmte Dienste oder ich muss im Zweifelsfall das sogar selber implementieren, aber letztendlich Authentifikation, Autorisation, das ist ein ganz grundlegender Baustein, mit dem ich mich dann beschäftigen muss. Was natürlich auch immer wieder passiert und da muss man wirklich darauf aufpassen, ist das Hartcodieren von sensiblen Informationen. Sicherlich ist das schnell eben mal gemacht, aber wie oft findet man dann im Bytecode doch noch das Masterpasswort irgendwie im Quelltext oder bestimmte Definitionen von Superusern und, und, und. Und dazu habe ich aber ein extra Video gemacht, das geht um Secrets Detection und das kümmert sich wirklich darum, dass man nur ein Augenmerk darauf hat, dass man eben solche sensiblen Informationen eben nicht hart kodiert beziehungsweise mit welchen Mechanismen man dieses dann implementieren kann. Dann muss ich natürlich zusehen, dass diese Anmeldeinformationen natürlich auch sicher verwaltet sind. Also ich brauche eben ein Storage oder eine Quelle, die ich abrufen kann und dort ist es sicher hinterlegt. Da ist man als Softwareentwickler oftmals schon durch, sagen wir mal, globale Richtlinien des Konzerns, des Projektes oder was auch immer, ja, da ist die Entscheidung meistens schon getroffen, was es ist, ob das jetzt innerhalb der Domäne eines Betriebssystems oder ein Domänencontroller von Betriebssystemen ist, ob das so ein Dienst wie Oktau oder ähnliches ist oder Keycloak, also Implementierungen, die mir das Verwalten dieser Informationen eben dann erleichtern und das dann, sagen wir mal, abrufbar machen. Sicherlich gehört auch die sichere Kommunikation dazu. Das heißt, auch wenn ich mich innerhalb des eigenen Netzwerkes bewege, macht es durchaus Sinn, eben nicht mit unverschlüsselten Kommunikationssystemen zu arbeiten, sondern mit verschlüsselten Kommunikationssystemen. Das heißt, anstatt HTTP habe ich HTTPS. Ich nehme eben dort die verschlüsselte Variante. Das habe ich für die meisten Protokolle, die ich da so habe oder ich tunnele das eben, wenn das Protokoll selber mir dieses nicht hergibt, also die sichere Kommunikation. Ein ganz großer Punkt, den man immer im Auge behalten sollte, ist auch die Bereinigung von Eingaben. Hier sind maßgeblich solche Sachen wie SQL Injection und ähnliche Angriffsarten. Dazu habe ich aber dedizierte Videos, also geradezu SQL Injection, weil das doch ein etwas umfangreicheres Feld ist. Aber alles, was an Eingaben reinkommt, muss ich eben verifizieren, muss ich eben bereinigen. Das sind Sachen, die für mich wichtig sind. Und das fängt schon mit Angabe des Benutzers und Ähnlichem an. Auch da ist der erste Weg oder die erste Möglichkeit, um ein System eben dann zu kompromittieren. Die Implementierung der Zugriffskontrollen, also das Durchsetzen dieser Regeln, da werden wir uns dann anschauen, mit welchen Designpattern können wir denn da arbeiten, welche werden oft verwendet und wie sieht so eine Beispiel, rudimentäre Beispielimplementierung aus, so dass ich dann eben eine Idee habe, wo ich da ansetzen könnte. Und was eben auch noch ist, ist die sichere Fehlerbehandlung. Leider Gottes sehe ich es immer wieder in Systemen, dass irgendwo eine Exception geworfen wird und die bubbelt dann hoch und kann sogar das gesamte System, sagen wir mal, zum Terminieren bringen, weil eben dieser Fehler nicht richtig abgefangen worden ist. Oder man bricht mit einem Fehler eben aus seinem Kontext aus und ist auf einmal in einem wesentlich breiteren Kontext. Das darf natürlich nicht passieren, das heißt die Fehlerbehandlung an sich, da muss man schon ein bisschen Augenmerk drauflegen, dass das sehr robust ist und dass ich da eben, ja, mir eben keine Möglichkeiten zum entweder kompletten Killen des Prozesses oder Ausbrechen aus meinem Kontext oder das Extrahieren von Informationen habe. Dazu mache ich aber nochmal ein extra Video, beziehungsweise es müsste schon online sein, wenn du dieses Video hier schaust. Das heißt, es geht darum, wie ich eben Logging und Fehlerinformationen auch richtig aufbereite, dass eben keine sensitiven Informationen aus dem System herausbluten. Ja, das fängt schon beim einfachen Stacktrace teilweise an. Gut, ansonsten hat man natürlich jede Menge Abhängigkeiten und auch hier muss man durch Aktualisieren oder durch die Wahl der richtigen Version sicherstellen, dass man sich keine Vulnerabilities hineinzieht, beziehungsweise Malicious Code Packages. Aber auch das ist ein gesondertes Thema, was ich hier explizit nicht behandeln werde. Da verweise ich eben auf Dependency Injection Angriffe und Ähnliches. Auch dazu, schau doch mal in den Videos nach, habe ich extra gesondert behandelt, weil das sind schon etwas größere Angriffsformationen, die da auf einen zurollen und hat hier im klassischen Sinn mit Access Control nicht wirklich was zu tun. Man muss es aber als Secure Fooding Practice eben immer noch im Hinterkopf behalten. Und eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist leider, dass das ganze Testen von solchen Sachen nicht gemacht wird. Das heißt also, neben den ganz normalen Unit-Tests und Ähnliches, muss ich natürlich auch Sicherheitstests machen. Und die sind schon auf Unit-Ebene durchaus implementierbar. Das heißt, da kann man nicht erst warten, bis das ganze System fertig ist und dann mal einen Pen-Test machen. Sondern wenn ich jetzt mich mit Authentifikation und all diesen Dingen beschäftige, dann muss ich natürlich diese Implementierung auch sehr robust testen. Und da gehört es eben zu, dass man Sicherheitstests dieser Implementierung vornimmt, damit die möglichst sauber ist. Und damit meine ich auch zum Beispiel, dass man auf so Testverfahren hinläuft oder mit Testverfahren arbeitet wie Mutation-Testing. Auch dazu habe ich ein extra Video. Das ist also eine spezielle Testabdeckung, die sehr stark ist im Vergleich zu Line- und Brunch-Coverage. Und ansonsten, dass man eben auch nicht nur Glattläufer testet, sondern auch wirklich hingeht und sagt, also was passiert, wenn ich jetzt hier so eine SQL-Injection simuliere, was passiert und so weiter und so weiter. Und das gehört durchaus in den Standardvorrat der Unit-Tests, die auch wirklich während der Entwicklung massiv dann abgefahren werden. Kommen wir nun zu dem Punkt, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile, wenn ich solche Regeln oder solche Zugriffskontrollen, also Access-Control, in der statischen Semantik implementiere oder in der dynamischen Semantik. Und da gibt es eben einige Vor- und Nachteile, die muss man sich sehr klar vor Augen führen und dann für das jeweilige Projekt eben abwägen, weil es gibt nicht das Beste, weil beides hat, wie gesagt, gute als auch schlechte Seiten. Kommen wir also zu den Vor- und Nachteilen bei der Implementierung in der statischen oder dynamischen Semantik. So, was man hier sagen kann ist folgendes. Gehen wir erstmal zur statischen Semantik über. Der Vorteil ist natürlich, ich habe es zur Compile-Zeit, weil es Teil des Quelltextes ist. Ich kann da natürlich auch zusehen, dass ich mit Code-Checkern sicherstelle, dass bestimmte Dinge, sagen wir mal, die man als Muster zeigen kann, durchgesetzt sind. Beispiel, wenn ich jetzt eine View-Mind wegen in einem Web-System definiere oder in einem bestimmten Panel ins JavaFX, da kann ich natürlich sagen, es gibt eine Regel, du musst mindestens die Annotation mit den Zugriffsrechten oben drauf haben, damit das dann auch eingecheckt werden darf. So, lange Rede, kurzer Sinn. Du kannst also in der statischen Semantik frühzeitig Fehler erkennen, weil du es eben zur Compile-Zeit testen kannst. Du kannst da natürlich auch Performance-Optimierung vornehmen, weil eben der gesamte Kontext verfügbar ist, über den du das machen kannst. Allerdings hat es natürlich auch Nachteile, und zwar alles, was in der statischen Semantik ist, kann natürlich auch nur in der statischen Semantik geändert werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier natürlich sage, oh, hier ist zwar der Zugriff für normale Benutzer, aber es müsste jetzt auch noch für Benutzer XYZ eine Sondersache da eingebaut werden. Da muss ich den Quelltext ändern, muss kompilieren, muss neu deployen, und schon habe ich einen kompletten Roundtrip an einer Stelle, den ich vielleicht gar nicht haben möchte. Ebenfalls, was nicht so gut umsetzbar ist in der statischen Semantik, ist eben die Feingranularität. Das heißt, es ist schon komplexer, wenn ich hier pro Eingabefeld eben ein bestimmtes Konglomerat verschiedenster Zugriffsrechte, Rollen, Attribute und so weiter definieren, auswerten, also all solche Sachen machen möchte, weil dann habe ich sehr viel Boilerplate-Code zum Beispiel da drin. Das ist nicht wirklich umsetzbar. Also, alle Systeme, die ich gesehen hatte, die in der statischen Semantik versucht haben, so feingranular etwas zu tun, sind meistens an der Komplexität dann auch gescheitert, und zwar der Komplexität oder der Unübersichtlichkeit des Quelltextes eben an den jeweils zu schützenden Ressourcen. Dementsprechend ja, statische Semantik hat Vorteile und sie hat aber auch die Nachteile eben, dass ich eben nicht sehr dynamisch bin und dass mir die Komplexität auch recht eng gesteckt ist. Und die dynamische Semantik, natürlich all die Nachteile der statischen Semantik sind die Vorteile der dynamischen Semantik. Das heißt, während in der Statik natürlich die Komplexität nicht beliebig hochgetrieben werden kann, ohne dass man da eben eigentlich nur noch diese Definition an den Elementen hat, so kann man bei den dynamischen oder wenn man in der dynamischen Semantik arbeitet, das natürlich hervorragend extrahieren und dann durchführen lassen. Das heißt, ich habe natürlich die Möglichkeit, das beliebig komplex zu machen. Ich kann sehr dynamisch reagieren, weil wenn ich in einem Datastore nachschaue, wie ist jetzt gerade die Situation, dann kann ich eben sagen, halt, der Benutzer, der hat diese Rolle nicht mehr und beim nächsten Request, beim nächsten Session Login oder was auch immer die Implementierung ist, kann dann natürlich darauf reagiert werden. Das heißt, das System muss eben diesbezüglich nicht extra neu übersetzt und deployed werden. Aber im Umkehrschluss habe ich natürlich dann auch Nachteile. Zum Beispiel, das alles kostet dann eben Performance. Das heißt, dieser Laufzeitoverhead, den ich habe, das heißt, ich möchte jetzt auf diese Ressource zugreifen, ich frage in einem anderen System. Das System kann zum Beispiel nicht erreichbar sein. Das System kann sehr langsam sein. An sich auch die Interprozesskommunikation, die eben hier stattfindet, die macht es dann natürlich langsamer und dementsprechend auch ressourcenintensiver. Und, was man auch nicht vergessen darf, die Komplexität eines solchen Systems kann auch dafür sorgen, dass man zum Beispiel bestimmte Dinge sehr schnell übersieht. Das heißt, Fehler werden erst zur Laufzeit hin erkannt, was natürlich dann durchaus auch kritisch sein kann, weil man dann das ganze System komplett runterfahren müsste, bis es behoben ist, um es wieder hochzufahren. Und auf der anderen Seite kann natürlich die Komplexität hier auch derart überhand nehmen, dass es immer schwerer zu warten ist, weil es implizite Dinge sind, weil es nicht direkt sichtbar ist. Das ist schon was anderes, wenn ich sehe, hier ist ein View und da oben steht drauf, das ist, weiß ich, nur für einen Administrator. Dann weiß ich, ah, das ist ein Admin-View. Und wenn ich aber nur sehe, guck mal, wer es ist und wenn er die Rechte hat, dann darfst du, dann muss ich natürlich ganz anders mich darauf konzentrieren. So, also dementsprechend habe ich in der dynamischen Semantik sicherlich Vorteile, aber auch Nachteile, die ich sehr genau im Auge behalten muss. Wo liegt denn jetzt die Wahrheit? Natürlich in der Mitte, das heißt, bei sehr einfachen Systemen mit sehr einfachen Zugriffskontrollmechanismen, da bin ich in der statischen Semantik meistens sehr schnell in der möglichen Implementierung. Ich brauche auch keine Third-Party-Products, ich brauche keine Dependencies größtenteils, also ich kann, je nachdem, in welchem Umfeld ich da bin, das teilweise wirklich selber eben implementieren und gut ist. Auf der anderen Seite brauche ich aber auch bestimmte dynamische Kontexte und da wird es also darauf hinauslaufen, dass man eine Mischung hat bei mittleren bis großen Projekten zwischen statisch und dynamischer Semantik, in der man das dann verorten wird. Wo genau die Grenze liegt, hängt natürlich vom Projekt ab, hängt von den Konzernrichtlinien oder von was auch immer ab, teilweise auch von den persönlichen Vorlieben der Entwickler, die da dran sitzen. Das kann man also pauschal so nicht sagen, aber wie gesagt, es wird sehr wahrscheinlich irgendwo in der Mitte sein, bei mittleren bis großen Projekten, dass man eben einen statischen Anteil hat und einen dynamischen Anteil. Und jetzt muss ich natürlich irgendwann nochmal anfangen, das Ganze in Java umzusetzen. So, und jetzt sind wir natürlich in Java auch sehr schnell konfrontiert mit Designpattern und es gibt einige Designpattern, die werden sehr häufig in diesem Kontext verwendet. Ich werde diese Designpattern natürlich jetzt nicht en detail hier komplett auseinander pflücken, weil es teilweise auch sehr große Designpattern-Familien sind. Ich werde da sicherlich in einzelnen Videos entweder die ganze Designpattern-Familie, dann durchgehen oder man wird eben hier vielleicht dann ein kleines Beispiel dazu finden, was es veranschaulicht, wie der Grundgedanke dieses Designpatterns ist. Aber kommen wir erstmal zu der Liste der Designpattern, die sehr häufig in Verbindung mit der Implementierung von Access Control eben verwendet werden. Und eins der ganz großen Muster, die man da verwendet oder eine große Musterfamilie, das sind die Proxypattern. Und die Proxypattern, also der Stellvertreter, den gibt es in den unterschiedlichsten Variationen. Also da gibt es ganze Bücher über dieses Pattern. Ich werde da auch nochmal gesonderte Videos zum Proxypattern an sich machen, weil das wirklich ein sehr großes und umfangreiches Sortiment an Proxys da verfügbar ist. Und das ist auch ein sehr mächtiges Muster. Aber Proxypattern ist zum Beispiel eins, was sehr häufig verwendet wird. Und da sollte man sich mit auseinandersetzen. Dann, der Decorator wird auch sehr häufig verwendet, eben genau aus der Art und Weise des Dekorierens, also des Dranbauens von diesen Funktionalitäten, so dass man das dann hat. Dann, Chain of Responsibility. Auch hier, das wird sehr oft gemacht, indem man eben Schritt für Schritt diese Dinge hintereinander hängt, um eben Sachen abzusichern oder abzufragen. Auch diese Chain of Responsibility, die ist sehr gerne hier drin verwendet. Das Strategiemuster spricht eigentlich für sich. Die Strategie, um dieses oder jenes durchzusetzen, das ist natürlich für Sicherheitsimplementierung auch sehr gut und sehr passend an der Stelle. Und ansonsten gibt es dann zum Beispiel noch das Fassadenmuster, Facade Pattern. Das heißt, ich baue eine entsprechende Fassade vorne dran, über die ich ein Bild auf das, was ich da schützen möchte, diese Ressource habe. Und über dieses Bild, also über diese Fassade, gibt es dann ein bestimmtes, sagen wir mal, Zugriffsmuster oder eine bestimmte Art und Weise, wie ich auf diese Ressource dann dran schauen kann. Und dann gibt es eigentlich nur noch zwei Muster, die häufig in diesem Kontext verwendet werden. Das ist einmal Singleton an sich. Das heißt, wenn ich eine Ressource habe und ich habe diese Ressource, sagen wir mal, über einen singulären Zugriff dort implementiert, dann kann ich natürlich diese eine singuläre Stelle auch mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit betrachten. Das ist schon etwas anderes, als wenn es eben sehr stark im System verteilt ist. So, und ansonsten gibt es eben noch das Befehlsmuster-Pattern. Ich benutze hier absichtlich erstmal die deutschen Begriffe, aber das wird ja hoffentlich nicht zu Verwirrung führen. Also Befehlsmuster, auch hier kann ich natürlich dann wieder die Art und Weise, wie darauf zugegriffen wird. Also wie dieses Muster dann umgesetzt werden soll, ist dann eben auch genau die Möglichkeit, hier dann auch Sicherheitsaspekte zu verorten. So, das war jetzt erstmal relativ abstrakt über all diese Design-Pattern. Wie gesagt, schauen wir mal in den Videos nach. Ich habe zu den einzelnen Pattern, nicht zu allen, aber zum Beispiel zu Proxys, wird es ein Video dann geben, so dass man da sich nochmal sehr intensiv mit auseinandersetzen kann. Aber so hast du zumindest eine Liste von Pattern, die du dir schon mal anschauen kannst und dann eben in dem Kontext Access Control nochmal ganz anders, sagen wir mal, ja, betrachten, analysieren, beziehungsweise dann auch umsetzen kannst. So, wir haben also jetzt einiges über Access Control gehört und sind damit auch am Ende dieses Videos. Ich hoffe, das hat dir gefallen und es gibt dir, sagen wir mal, das Grundgerüst, dass du jetzt in die einzelnen Bereiche des Access Control anknüpfen kannst, so dass es dann auch in deinem Projekt dann so eine Auswirkung hat, beziehungsweise dass du die Ideen dann auch besser nähern kannst. Wenn du Fragen hast, natürlich jederzeit. Ich bin erreichbar. Man findet mich, Social Media, LinkedIn, YouTube. Ich bin erreichbar. Und ja, von dem her. Dann erstmal tausend Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt allerdings, ich habe mir noch einen Tee gemacht, werde jetzt diesen Tee so langsam, aber sicher noch austrinken. Wie du siehst, mein kleiner Hund ist hier auch noch und der macht es sich gerade gemütlich und schläft. Den werde ich dann also gleich wecken. Dann werden wir ja noch ein bisschen durch die Gegend stromern und dann ist der Tag auch rum für mich. So, ja, also von dem her. Tausend Dank fürs Zuschauen. War mir eine Freude, dich dann wieder begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, du findest noch das eine oder andere Video da, was interessant für dich ist. Und dementsprechend kann ich nur sagen, ja, Cheers mit Tee. Und bleib gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Also, bis bald. Wir sehen uns im nächsten Video.